»Ich werde mit dem Verwalter sprechen, damit er es dir erlaubt«, sagte er, und als er die Zweifel im Gesicht des anderen bemerkte, fügte er hinzu, »ja, das werde ich, und zwar jetzt gleich.« Jetzt lächelte der Pferdeknecht, und es kam Lauscher so vor, als sei dies das nachsichtige Lächeln eines Erwachsenen über die Motive eines Kindes, das noch keine Vorstellung von der Welt hat, in der es lebt. Dann verschwand dieses Lächeln, wie weggewischt, aus dem Gesicht des Pferdeknechtes, und er sagte, »Du wirst ihn nicht finden.« »Das lass meine Sorge sein«, sagte Lauscher brüsk, drehte sich um und verließ den Stall. Er ging geradewegs ins Schloss zurück und fragte den erstbesten Diener, der ihm über den Weg lief, nach dem Verwalter. Der Diener blickte ihn erschrocken an und sagte, »Den wirst du jetzt nicht finden.« Das hatte Lauscher eben schon einmal gehört, und es schien ihm jetzt an der Zeit zu sein, diese Frage zu klären. »Zeige mir sein Zimmer«, befahl er. Doch der Diener rührte sich nicht von der Stelle, fing an zu zittern und stammelte, »Ich kenne es nicht.« Lauscher hatte das Gefühl, gegen eine Mauer zu rennen. »Dann sage mir, wer es mir zeigen kann«, stieß er zornig hervor. Der Diener schüttelte nur stumm den Kopf. Da ließ Lauscher ihn stehen und stürmte in den Saal, um Gisa zu fragen, doch sie war schon gegangen. Er fand sie im Schlafzimmer. Gisa stand nackt am Fenster, im kalten Licht des Mondes, und blickte hinaus in die Nacht. Eine makellose Marmorstatue, deren Schönheit Lauscher die Sprache verschlug. Eine Zeit lang starrte er auf die reglose Gestalt und wagte nicht, sich zu bewegen, als könne er dadurch dieses Traumbild verjagen. Doch es war kein Traumbild, denn Gisa sagte unvermittelt und ohne sich ihm zuzuwenden, »Hast du dich endlich von deiner Stute trennen können?« »Sie ist verletzt«, sagte Lauscher und berichtete ihr, was er von dem Pferdeknecht erfahren hatte. »Wo kann ich den Verwalter finden?«, fragte er schließlich. Da fuhr Gisa herum und sagte scharf, »Jetzt nicht!« Lauscher erschrak und blickte sie ratlos an. Da kam sie auf ihn zu und sagte, »Lass das jetzt. Das hat bis morgen Zeit. Willst du die ganze Nacht mit dem Gedanken an dein Pferd verschwenden?« Lauscher schüttelte den Kopf, und während er ihr in die Augen schaute, vergaß er alles, was er sie hatte fragen wollen. »Komm«, sagte Gisa, »lass mich dein weiches Fell kraulen.« Am nächsten Morgen sprach Lauscher mit dem Verwalter. »Du solltest diesen Leuten nicht trauen«, sagte der alte Mürrisch, »dieser Pferdeknecht sucht nur eine Gelegenheit, um davon zu laufen.« Doch Lauscher ging es jetzt um seine Stute, und er dachte daran, wie sorgsam dieser Mann mit ihr umgegangen war. »Er kennt die richtigen Kräuter, also muss man sie ihn suchen lassen«, sagte er. »Wenn du meinst«, knurrte der Verwalter, »aber ich werde ihm einen meiner Männer mitgeben, damit er nicht auf dumme Gedanken kommt.« »Damit mochte der Verwalter recht haben«, dachte Lauscher, »ein sonderlich fügsamer Diener schien dieser Pferdeknecht nicht zu sein.« Lauscher sah sich wieder vor diesem Mann stehen und verspürte nachträglich Zorn darüber, wie dieser Stallbursche ihn seine Überlegenheit hatte spüren lassen. Giesers Knechte würden schon wissen, wie sie mit solchen Leuten umzugehen hatten. Kurze Zeit später sah er, wie der Pferdeknecht mit einem der gelbäugigen Männer das Schloss verließ. Als Lauscher am Abend nach seiner Stute schaute, ging es ihr schon besser, und nach wenigen Tagen konnte er sie wieder reiten. Lauscher vergaß nicht, wie heftig Gieser auf seine Frage nach dem Verwalter reagiert hatte, und kam nicht mehr auf dieses Thema zurück. Er nahm es künftig als gegeben hin, dass Giesers Knechte am Abend nicht mehr zu finden waren, und gab es auf, darüber nachzudenken. Nach wie vor fühlte er sich in der Gesellschaft dieser gelbäugigen Männer unwohl. Sie blieben ihm unheimlich, aber er bediente sich ihrer, wenn ihm dies erforderlich schien. Denn er merkte bald, dass man in Barleburg alles erreichen konnte, wenn man sie auf seiner Seite hatte. Da Gieser ihren Knechten vertraute, sah er keinen vernünftigen Grund, dies nicht zu tun. Er musste das wohl auch, wenn er zu jenen gehören wollte, die hier zu befehlen hatten. Die Kunst, Befehle zu erteilen, meinte er von Tag zu Tag besser zu beherrschen, und es erfüllte ihn mit Befriedigung, wenn die Diener seinen leisesten Wink gehorchten. Er bemerkte auch, dass Gieser dies mit Wohlgefallen beobachtete, und gewöhnte sich daran, genau wie sie, alles im Tal von Barleburg als seinen Besitz zu betrachten. »Heute ist Gerichtstag«, sagte sie eines Morgens, »und da du einen so berühmten Richter zum Vater hast, sollst in Zukunft du auf Barleburg recht sprechen.« Diesen Vorschlag empfand Lausche als eine große Ehre. »Mein Vater hatte im Sinn, mich zu seinem Nachfolger zu erziehen«, sagte er, »aber es wollte ihm nicht recht gelingen. Nun habe ich es wohl aus eigener Kraft soweit gebracht.« »Dann zeig mir, wie du unser Recht zu wahren verstehst«, sagte Gieser. »Ich will mich beiseite halten, damit jeder sehen kann, dass von heute an du hier der Gerichtsherr bist.« Unten, in der Mitte der weiten Halle, war der Richterstuhl aufgestellt worden. Daneben stand ein Tisch, auf dem zum Zeichen des Gerichts ein entblößtes Schwert lag. Gieser blieb zurück an ihrem gewohnten Platz neben dem Kamin, während Lauscher sich auf den Richterstuhl setzte und den Dienern befahl, die Rechtssuchenden einzulassen. Als erster trat ein Mann vor, der seinen Nachbarn beschuldigte, ihm des Nachts drei Hühner vom Hof gestohlen zu haben. Er brachte zwei Zeugen bei, die den Vorfall beobachtet und gesehen hatten, wie der Dieb die Hühner am nächsten Tag gebraten und mit seiner Familie verzehrt hatte. »Ist der Dieb hier?«, fragte Lauscher. »Ja, Herr«, sagte der Kläger, »dort steht er« und zeigte auf einen Mann, der von zwei anderen festgehalten wurde. »Er soll vortreten«, sagte Lauscher, »laßt ihn los.« Der Mann rieb sich die Handgelenke und trat ein paar Schritte vor. »Gestehst du die Tat ein?«, fragte Lauscher. Der Mann nickte. »Ich will dich etwas fragen«, sagte Lauscher, »gibt es etwas auf meinem Land, das mir nicht gehört?« »Nein, Herr«, sagte der Mann. »Wem hast du also die Hühner gestohlen?«, fragte Lauscher weiter. »Jenem dort, dem sie nicht gehörten?« Der Dieb blickte ihn verwirrt an. »Wenn sie ihm nicht gehörten, kann ich sie ihm auch nicht gestohlen haben«, stammelte er. »Richtig«, sagte Lauscher, »da sie mir gehörten, hast du sie mir gestohlen. Und zur Strafe wirst du mir für jedes Huhn eine Woche ohne Lohn dienen. Ich werde dich meine Hühnerstelle ausmisten lassen. Zu dieser Tätigkeit scheinst du geeignet zu sein.« Und er befahl den Dienern, ihn ins Gesindehaus zu bringen. »Und wer ersetzt mir die gestohlenen Hühner?«, fragte der Kläger. Lauscher blickte ihn eine Zeit lang nachdenklich an. Dann fragte er, »Bist du bestohlen worden?« Der Mann bedachte sich für einen Augenblick. Dann sagte er, »Nein, Herr«, und trat in den Kreis der anderen zurück. Als nächster wurde ein Mann auf einer Bahre vor den Richterstuhl getragen. Die Männer, die ihn begleiteten, der Kleidung nach handelte es sich um Holzfäller, schleppten einen anderen gefesselt mit sich und stellten ihn vor den Richter. »Was hat er getan?«, fragte Lauscher. »Er hat meinem Vetter, der hier auf der Bahre liegt, im Streit die Axt ins Bein geschlagen,«, sagte einer der Männer. »Dafür wirst du mir zahlen müssen,«, sagte Lauscher zu einem Gefesselten. »Dir?«, fragte dieser. »Was habe ich dir getan?« »Das weißt du nicht,«, sagte Lauscher. »Du hast mein Eigentum beschädigt.« Er wandte sich zu dem Sprecher der Gruppe und fragte, »Wie lange wird dein Vetter für mich nicht arbeiten können?« »Die Wunde sieht böse aus,«, sagte jener. »Der Hieb ging bis in den Knochen. Wenn er Glück hat, wird er in drei Monaten wieder gehen können.« »Wie lange arbeitet ihr am Tage?«, fragte Lauscher. »Zehn Stunden,«, sagte der Mann. »Dann soll der Schuldige täglich fünfzehn Stunden arbeiten, und zwar so lange, bis er mir diesen Verlust wieder eingebracht hat,«, sagte Lauscher. »Geht!« »Dann positiv microorgan' mit der Sprache. »Dann pulling ganz klar, »Dann plein!« «Dannoy support!